Was haben Sie im Fernseher über das Wetter gesagt? Brauche ich einen Regenschirm oder eine andere Schutzausrüstung? Ich glaube nicht. Der Himmel wird heiter und nur hier und da kurz bewölkt. Und die Temperaturen? Die Minimalen sind in einem leichten Wuchs und die Maximalen ungefähr 23 Grad in die Stadt. Haben Sie etwas über Niederschläge gesagt? Sie werden gegen Mittag erscheinen unter Form von Wolkenbrüche. Ich will ins Gebirge diesen Tagen gehen. Was meinst du? Ins Gebirge sind die Temperaturen in leichter Herabsetzung. Es gibt Maximalen von 18 Grad. Der Wind wird leicht und mäßig blasen, hier und da. Dann wohin beratest du mir zu gehen? An's Meer, weil es Temperaturen von 29 Grad geben. Dort ist das Wetter schön, ohne Niederschläge, wenigstens 3-4 Tagen. Die Sonne scheint stark. Vielen Dank. Dann gehe ich ans Meer. Bitte, Catalina. Was haben Sie im Fernseher über das Wetter gesagt? Brauche ich einen Regenschirm oder eine andere Schutzausrüstung? Ich glaube nicht. Der Himmel wird heiter und nur hier und da kurz bewölkt. Und die Temperaturen? Die Minimalen sind in einem leichten Wuchs und die Maximalen ungefähr 23 Grad in die Stadt. Haben Sie etwas über Niederschläge gesagt? Sie werden gegen Mittag erscheinen unter Form von Wolkenbrüche. Ich will ins Gebirge diesen Tagen gehen. Was meinst du? Ins Gebirge sind die Temperaturen in leichter Herabsetzung. Es gibt Maximalen von 18 Grad. Der Wind wird leicht und mäßig blasen, hier und da. Dann wohin beratest du mir zu gehen? Ans Meer, weil es Temperaturen von 29 Grad geben. Dort ist das Wetter schön, ohne Niederschläge, wenigstens 3-4 Tagen. Die Sonne scheint stark. Vielen Dank! Dann gehe ich ans Meer. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!